Ja, Vielfalt. Das ist Vielfalt. Man kann natürlich Leichen schenken und aufessen, aber die sind schon tot. Das bringt auch nicht viel. Man kann sie natürlich vorher foltern, bevor sie gestorben sind. Das weiß ich nicht. Oder jemanden an den Baum binden mit Honig, wo dann die Killer-Ameisen kommen. Da haben wieder die Ameisen was davon. Was soll man sonst machen? Ich weiß auch nicht mehr. Ich muss noch ein bisschen nachdenken, was da möglich ist.